Guten Morgen zum Wochenstart hier in die Ideen mit dem Dow Jones, mit dem DAX und US-Dollar, Kan-Dollar. Herzlich willkommen also zu ein paar interessanten Einblicken nach dem Wochenende mit erneuten Trump-Korrekturen bzw. die Reaktionen auf das, was Trump zum Thema Handelsstreit gesagt hat. Schauen wir uns gleich an und daraus hoffen wir die ein oder andere gute Trading-Idee auch in die Praxis umsetzen zu können, denn neben den Ideen brauchen wir natürlich auch immer hier an dieser Stelle die Bewegungen in den Märkten und da schauen wir, was da kommen wird und kann. Zuvor wie jeden Morgen an dieser Stelle der Risikohinweis, den bitte ich auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs, der kann zu Verlusten führen. Das also hier dazu gesagt und damit fahren wir fort mit einem Blick in die Tagesnachrichten. Hier bitte nicht die Augen reiben, heute ist relativ wenig los. Morgen kommt dann einiges mehr an wichtigen Nachrichten auch mit hinein, hier auch unter anderem für uns in Deutschland zu ein paar Wirtschaftsdaten, dazu mehr dann allerdings hier morgen. Heute am Nachmittag gibt es ein paar Reden hier durch ein paar FOMC-Mitglieder aus den USA. Viel, viel mehr gibt es nicht, was planbar ist, zumindest nicht mit Blick hier in Großbritannien, die EU und USA. Heißt also hier geht also nichts. Auf der Nachrichtenseite in anderen Ländern vielleicht schon. Wir werden sehen, auf alle Fälle schauen wir jetzt hier hinein in die Charts und zwar starten wir wie immer mit dem Blick in die Märkte im Stereo Trader Add-on oder mit dem Stereo Trader Add-on hier im Metatrader 4 von Tickmill. Was haben wir hier? Kurz noch einen Blick ins Gold, das habe ich ja auch immer wieder hier in den Handelsideen mit drinnen, weil Gold aktuell auch immer mal wieder gute Chancen bietet. Aktuell sind wir hier, wir sehen es auch weit in den Widerstand oder in die Korrektur hineingelaufen. Dieses kleinen untergeordneten Abwärtstrends hier oben haben wir den Deckel aktuell drauf und von der Seite her die 1288 Dollar Marke hat immer mal wieder für Verkäufe gesorgt. So auch heute. Wenn sich das fortsetzt hier, wenn wir unter diesem Tagesziel vom Freitag weiterhin die Schwäche sehen, könnte das durchaus in den kleineren Zeiteinheiten. Wir haben hier beispielsweise die 5 Minuten dafür sorgen, dass wir doch noch ein Stück weit nach unten laufen. Anlaufpunkte haben wir ja hier unten stehen. Ich hatte es ja markiert um die 1280 Punkte Marke. Dazu wäre es an dieser Stelle selbstredend wichtig, dass wir hier unter dieser Marke auch drunter laufen. Also da, wo wir gerade im Support stehen. Wenn es da drunter durchbricht, denke ich mal, haben wir auch Chancen zumindest mal ein Stück weit runter zu gehen. Es sei denn, der Markt überlegt sich es anders. Aber das werden wir hier dann sehen. Wir wissen ja, wir können immer nur Wahrscheinlichkeiten traden und was da so kommt, müssen wir erst einmal abwarten. Und damit hinein in die von mir auch schon publizierten Handelsideen hier. Wir starten mal mit dem Währungspaar, was wir heute auf der Uhr haben. Zuvor aber auch noch. Ich sehe gerade Olaf, Elena, Andreas. Guten Morgen von meiner Seite her. Danke für eure Größe hier. Und wir schauen jetzt wieder in den US-Dollar. Wir sehen es hier im Tageschart. Übergeordnet haben wir hier einen aufwärtsgerichteten Markt mit Blick auf diesen Trend hier, den wir hier drinnen haben. Und der, naja, der zappelt momentan so ein kleines bisschen rum. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier untergeordnet könnte sich möglicherweise ein Abwärtstrend bilden oder da bildet sich ein Abwärtstrend. Wenn wir hier unten unter dieses kleine Zwischentief bei 1,3377 drunter laufen, der Freitag war hier hochvolatil. Wir sehen es, diese Kerze mit diesen ausladenden Schatten, dieser wahnsinnig weiten Länge. Und aktuell haben wir jetzt halt hier die Kerze mittendrin. Was sehen wir im Schartbild auch immer noch hier dieses Band zwischen 1,3467 und 1,345? Das hat hier drüben immer mal für Halt gesorgt, wo der Markt erst nicht richtig hoch, dann nicht richtig runter wollte. Also es ist irgendwo eine klebende Stauzone, wo wir immer wieder den Markt eher nach unten laufen haben sehen, als deutlich auch nach oben ansteigen. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie geht das Ganze hier weiter? Worauf ich hier hinaus will, ist dieser Außenstab, den wir hier haben, der bietet uns durchaus ein paar Chancen, nämlich dann, wenn wir an Ober- oder Unterseite sind. Also aus jetziger Sicht sind wir ja mittendrin, statt nur dabei. Von der Seite her muss man schauen, was sich da ergibt. Gute Handelsmöglichkeiten, meiner Meinung nach ergeben sich immer dann, wenn wir hier oben in so einen Staubereich reinlaufen, wo wir immer wieder Schwäche gesehen haben oder aber der Markt dreht tatsächlich wieder rundherum, dann eher die Richtung hier nach unten zu nutzen. Anlaufpunkte, wie gesagt, aus der kurzfristigen Sicht jetzt erst einmal nach oben hin die 1,34823 und nach unten hier der kleine Support bei 1,3377. Was dann kommt, muss man einfach sehen. Wir wissen es ja, an diesen ausladenden Enden gibt es immer wieder zwei Möglichkeiten. Entweder der Markt bestätigt das Ganze, den Bruch in so einer Richtung und läuft dann weiter in die Richtung. Wenn es nach oben geht, dann haben wir hier den nächsten Anlaufpunkt im Spike hoch, hier irgendwo um die 1,35, 0,52. Ansonsten, wenn es die Unterseite wieder angeht, da ist auch noch einiges an Luft hin. Da haben wir dann den Weg nach unten hier. Nächster Bereich, der hier interessant werden könnte, wäre dann die 1,33, 400 beziehungsweise hier die Supports um 1,32, 8,4 und 1,32, 5. Das wären hier einmal das Tief dieses großen übergeordneten Schatz und hier unten dann einmal dieser Schwungbereich, den wir hier mit den Spikes hatten. Das haben wir hier an dieser Stelle auch noch ein bisschen höher. Könnte man auch hier hinziehen. Also das sind so Marken, wo wir immer wieder Drehpunkte haben und die sind dann doch durchaus interessant, wenn es Anläufe gibt. Bis dahin ist allerdings noch einiges an Platz und wenn wir uns das Ganze hier in der Stunde auch mal anschauen, da sieht man, dass es momentan gar nicht so leicht ist, da eine Richtung zu finden. Wir sehen es hier, der Markt ist hier ganz schön tief nach unten gelaufen. Dieser massive Spike, der wird jetzt sozusagen korrigiert, was wir hier sehen und wenn wir hier an dieser Stelle jetzt beispielsweise da Umkehrsignale bekommen, dass der Markt hier rumdreht, das wäre dann ein Punkt, dass man sich eher erst einmal kurzfristig zur Unterseite orientieren könnte. Ansonsten, wenn wir wirklich deutlich drüber hinauslaufen, muss man erst einmal schauen, was hier oben passiert. Das ist dann sozusagen der Tag, den wir dann als Entscheidung sehen. Auf alle Fälle, der Freitag war mal massiv abwärts gerichtet. Wie schon gesagt, wenn wir diese Richtung wieder aufnehmen, das wäre dann das, was wir an den Kapitalmarkten ja öfter sehen. Nach so einem starken Schub gibt es ein kurzes Durchatmen und dann nochmal den zweiten Schub in die gleiche Richtung. Das wäre dann die Chance, die wir hier sehen können und da würde uns der fünf Minuten bzw. der Stundenchart an dieser Stelle auch schön mit weiterhelfen. Heißt also hier einfach hinschauen, warten und die Trading Idee nach dem eigenen Setup auch umsetzen. Und damit gehen wir auf die Seiten der Indizes. Ich bleibe erst einmal hier noch am US-Markt. Das heißt, wir schauen uns hier in diesem Chart einmal eben den Tageschart vom Dow Jones mit an. Hier im großen Bild. Ich habe es mal eingezeichnet. Zum einen diese sehr, sehr starke, große, übergeordnete Dynamik nach oben hier. Diese Bewegung, das ist auch das, was aus der Woche heraus ersichtlich ist. Dann haben wir hier sehr, sehr schön den letzten Trend, den wir hier im Dow Jones gesehen haben. Und dann habe ich hier mal noch eingezeichnet. Zwei Indikatoren sozusagen hier. Wir schauen uns das auch gleich mal an, wer das sowas sehen will. Man kann hier immer relativ leicht draufklicken und sieht dann, dass man hier die gleitenden Durchschnitte drin haben. Die kann man schön bearbeiten. Und was wir hier drin haben, sind jetzt der 20er, das ist der rote und der 50er, das ist der blaue und der 200er, das ist der grüne. Also das sind jetzt klassische Moving Averages, also gleitende Durchschnitte ohne irgendwelche exponentiellen Gewichtung, sondern der einfache. Und hier sehen wir es einfach. Wir sind herangelaufen an den 200er Tagesdurchschnitt. Wir sind da abgeprallt in diesem Bereich. Das ist eher ein bullisches Zeichen, dass der Markt das testet und trotzdem noch darüber bleibt. Was aber wir hier sehen, ist einfach, wir haben hier einen Gegentrend schon gebildet, der dann diesen Trend, diesen Bewegungstrend gebrochen hat. Deswegen sehen wir hier, wir sind auch unter die 20er und unter dem 50er gleitenden Durchschnitt gefallen. Und was wird jetzt hier interessant? Interessant ist die Tatsache, dass der Markt, ja gut, er hat reagiert auf die Nachrichten von Trump, aber ganz anders, als das in der letzten Woche geschehen ist, wo wir diesen starken, starken Abwärts, dieses starke Abwärts-Gap auch gesehen hatten. Wir hatten ja in der vergangenen Woche am Montag mit einem deutlichen Down-Gap geöffnet, was der Markt dann erst einmal wieder hochgekauft haben. Das sehen wir jetzt in dieser massiven Auswirkung noch nicht. Das heißt, mit Blick auf den Dow Jones, im großen Bild wäre es so, wenn wir hier mit dieser Gesamtverordnung wieder Stärke reinbekommen würden, das heißt, wenn der Markt an diese Stärke vom Freitag anschließen sollte, dann haben wir hier schon die Chance, nach oben zu laufen, wieder Richtung Tageshoch, beziehungsweise uns dann hier erst einmal wieder am 50er gleitenden Durchschnitt zu versuchen. Das wäre der Weg nach oben. Läuft das Ganze allerdings wieder runter, dann wird es wirklich spannend und interessant. Was passiert hier unten, um die Marke von 25.000 500, beziehungsweise sukzessive darunter der SMA 200 und dann hier unten diese leichten Supports oder dieser nächste Support um die 25.350 Punkte Marke, beziehungsweise darunter verortet dann hier die 25.220. Das ist extrem wichtig, weil wenn der Markt hier unten drunter läuft, dann verlassen wir diese starke, große Aufwärtsdynamik der Woche und das dreht das Bild dann wieder komplett um, weil dann notieren wir hier nicht nur unter dem kurz- und mittelfristigen gleitenden Durchschnitt, sondern auch wieder unter dem längerfristigen und das könnte dann durchaus für deutlich mehr Abwärtspotenzial sorgen. Das muss man dann erstmal sehen. Bis dahin ist noch etwas Zeit und für den kurzfristigen Handel und das ist das, worauf ich hier hinaus will. Da bleibt es jetzt wirklich sehr, sehr spannend, weil wir sehen es hier, der Markt ist natürlich abwärts gerichtet. Was ich hier an dieser Stelle jetzt mal zeige, ist dieser Abwärtstrendverlauf. Ich zoome das mal ganz kurz, ganz, ganz klein hier an dieser Stelle. Nehme ich mal kurz noch die Indikatoren hier raus. Kurzen Augenblick. So, wir brauchen hier einfach etwas mehr Platz, beziehungsweise uns interessieren jetzt hier die kleineren gleitenden Durchschnitte nicht. Was mich hier viel mehr interessiert, ist einfach der Blick in den aktuellen Chartverlauf und wir sehen hier die Schwünge im Abwärtstrend nach unten auch am Laufen. Hier haben wir es gehabt und hier ist am Freitag was Interessantes passiert. Wir haben nochmal ein neues Tief gemacht, das heißt Fortsetzung dieses Trends und sind dann im Anschluss über dieses Trend hoch hier durchgelaufen. Das heißt, aus technischer Gesichtsweise haben wir diesen laufenden Abwärtstrend erst einmal gebrochen und jetzt kommt das, was wirklich interessant ist und deshalb sage ich, das ist interessant aus dem Grund zu sehen, mit Blick hier auf den laufenden Trend der Stunde. Wenn wir rein technisch etwas sehen, das so aussieht, hier Trendbruch, das haben wir ja besprochen, das jetzt korrektive Phase, wo auch immerhin die läuft, je früher die natürlich zum Stehen kommt, je bullischer wäre das zu sehen. Wenn wir dann hier den Weg nach oben aufnehmen und das nach oben traden, das wäre hochinteressant, wenn wir das Ganze sehen, weil das wäre dann ein Umkehrsignal auch für die Tagesbasis. Das wäre dann sehr, sehr spannend. Da könnten wir nämlich durchaus wieder den Weg nach oben in Richtung der großen Trends aufnehmen und wie sieht man das Ganze, wenn wir es uns Intraday mal betrachten? Wir sehen das ganze Intraday, indem wir dann von unten aus nach oben laufen. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwo in irgendeiner Art und Weise die Bodenbildung bekommen und dann, ich skizziere es jetzt einfach nur mal hier an diesem Beispiel, wenn wir sozusagen hier in diese Richtung hinein etwas sehen würden, wie das, dass wir hier jetzt einen leichten Aufwärtstrend bekommen, der sich dann Stück für Stück nach oben fortsetzt. Das wäre natürlich interessant, das wäre eine Chance, dass wir hier kurzfristig erstmal wieder hochlaufen könnten und wenn wir dann hier oben über diese Marke von 26.000 Punkten wieder drüber laufen, dann wäre es auch die Umkehr für den Tag. Heißt, sehr, sehr spannend, was hier Intraday passiert. Wie schon gesagt, die Märkte machen ja jetzt hier bei uns in Deutschland erst die Pforten auf für die Woche. Bin gespannt, aber die Chancen sind auf alle Fälle da, dass wir wieder hochlaufen. Wenn der Markt allerdings negativ drinnen bleibt, sieht das anders aus, dann drehen wir hier an dieser Stelle rum und dann wird es interessant, was hier zu sehen ist im Dow, wenn der Markt nach unten läuft. Was passiert hier unten an dieser Stelle? War das hier nur ein kleines Strohfeuer und wir laufen wieder runter? Das könnte dann durchaus noch etwas mehr Dynamik Dynamik zur Unterseite hingeben. Und das Ganze schauen wir uns jetzt auch gleich mal noch im DAX mit an, wobei wir im DAX heute gleich mal in die kleinere Zeiteinheit hineingehen. Warum? Wir sehen es im DAX. Der aktuelle Stundentrend, der ist abwärts gerichtet, sieht man hier an dieser Stelle sehr, sehr schön. Und was wir hier für eine Chance haben, ist einfach, wenn der Markt uns jetzt sagt, er läuft wieder weiter runter. Wie schon gesagt, die Entscheidung ist hier genau wie im Dow noch nicht getroffen. Dann hätten wir hier eine Fortsetzung dieses laufenden Abwärtstrends und der Markt könnte durchaus noch etwas weiter nach unten mit laufen. Wir schauen uns die Zielmarken gleich auch mal noch im Stundenchart, im Tagesschart mit an, wo es da dann hinlaufen könnte. Das heißt, wenn wir das mal hier etwas kleiner machen, wir sehen es. Hier haben wir den Aufwärtslauf des Tagestrends. Der ist jetzt in seiner korrektiven Phase. Daher schön, dieser laufende Abwärtstrend, der hat sein Low hier etwas unter der 12.000 Punkte Marke gefunden. 11.956 war hier der Peak nach unten, bevor es dann wieder nach oben ging. Wie schon gesagt, wichtige Marke ist hier dieser Staubereich um die 11.800 Punkte. Wir sehen es, wenn es hier deutlich drunter geht, ist der Tagestrend auf DAX-Basis hier auch gebrochen. Das heißt, dann sollten wir uns weiter runter orientieren. Aber hier ist noch keine feste Aussage gesagt. Nur wenn wir uns mal etwas hier an dem orientieren, was wir hier an dieser Stelle haben, dann sehen wir einfach momentan den Fortgang im Stundentrend. Der Markt ist hier wieder in die Bewegung auch reingelaufen. Wie schon gesagt, das Gap bei weitem nicht so groß hier. Das war das Gap letzte Woche Montag, wie das, was wir hier diese Woche sehen. Das ist also alles halb so wild bezogen mit dem, was auf letzte Woche kam. Die Bewegung ist nicht so weit überzogen wie letzte Woche hier, als es dann in der Nacht diesen massiven Schub nach unten gab und dann hier zu Handelsbeginn dann relativ zeitnah nach oben gekauft wurden. Das heißt, wir haben hier völlig andere Dynamik momentan und deshalb könnte es unter Umständen sein, dass wir runter laufen. Heißt also in diesem Blick, wenn wir uns dieses Mal mit annehmen hier auf dieser Stelle hier, wenn wir etwas sehen wie das, was ich gleich skizziere, dann zeigt uns das eher den Weg nach unten. Ansonsten orientieren wir uns andersrum. Da müssen wir wirklich aktuell abwarten, was der Markt draus macht, aber wir haben die Chance. Heißt also, wenn wir jetzt irgendwas in dieser Art und Weise sehen, dann könnte es durchaus noch etwas nach unten gehen und wenn wir jetzt fragen, wer kommt denn nach uns als Verkäufer ins Spiel, dann schauen wir erstmal ein bisschen weit nach unten noch. Schaut mal, wir haben hier und hier zwei Anlaufpunkte, wo möglicherweise auch Absicherungsorders liegen könnten, im Kleinsten, die hier Schub entsprechend bringen könnten. Das wären Anlaufpunkte für die Unterseite. Wenn wir hier allerdings in der Bereich, wenn man sich sagt, jetzt okay, das ist jetzt zu klein, die Anfangsdynamik läuft hier irgendwo ganz anders hin bzw. fängt hier an rumzuzappeln, dass der Markt wirklich nicht nach unten will, dann haben wir hier die Chance, nach oben zu laufen. Das ist das, was wir hier sehen. Dieser kleinste Aufwärtstrend, den wir hier sehen, der könnte sich dann fortsetzen, aber wir müssen immer noch wissen, das Große hier in der Stunde ist abwärts gerichtet und das, was wir jetzt hier sehen, ist nur korrektive Phase, aber wir haben die Chance, hier drüber zu gehen, weil der große Vorteil oder die große Chance, die man hat, wenn man auch tief in die Korrekturen gelaufen ist, dass wir hier eine Umkehr der Gesamtsituation sehen könnten und das wäre dann natürlich positiv zu sehen. Also hier auch im DAX momentan zwei wirklich gute Möglichkeiten zum Traden. Der Markt wird uns zeigen, wo es reingeht, wie schon gesagt, der übergeordnete Trend hier in der Stunde noch abwärts gerichtet. Wir schauen, wie der Markt die Geschichte jetzt auch aufnimmt. Aus diesem Grund sage ich hier, den Markt einfach mal freie Fahrt geben. Danke hier für viele Zuschauer wieder. Fragen sehe ich aktuell noch keine. Von der Seite her gute Trades und wir sehen uns morgen 8.30 Uhr wieder. Wer mag, schaut einfach eher mal in den Blogbeitrag hinein. Den veröffentliche ich ja immer im Vorfeld zu unseren Webinaren hier. Ansonsten allen gute Trades und bis morgen. Tschüss.